In Ordnung, Herr Schneider, wo brennt's denn? Wissen Sie, ich hab ein paar neue Blumen in meinem Garten gepflanzt. Wo es brennt, will ich wissen. Einige davon waren sehr, sehr teuer. Herr Schoff, zeig noch einmal, wo es brennt. Bei meinem Nachbarn. Aber ich möchte nicht, dass Ihre Leute meine Beete zertrampeln, ich warne ich nicht.